Der Strenette war natürlich eher den Biomarkt, der ist erst zum zweiten Mal da, bitte sei nicht zu subversiv, sonst kommt er nicht wieder, also eine Erklärung. Wir sind gerade mitten in etwas, was Impro heißt und konzeptuell wird auch der Impro-Charakter immer wieder verdeutlicht. Oh, es ist doch kein Problem. Es gibt keinen Grund, sich zu schämen, das ist doch überhaupt kein Problem. Wir werden sehen, vielleicht auch verstehen. Wo immer auf wir hingehen, wo immer auf wir hingehen, das ist doch kein Problem. Wir werden schon verstehen. Vielleicht sollten wir uns nicht taktisch so viel bequemen. Vielleicht aber auch doch. Vielleicht aber auch doch. Es gibt einen noch im Lächeln. Ich hab mir immer verliefert. Also wegen uns wubsiv alles runter. Von uns EU gebeten. Es gibt Hirn und Stühlen. Manchmal kann man die Zusammenhänge nicht verstehen. Manchmal kann man sie sehen, aber vielleicht auch übersehen, über ihnen, die nur wir übersehen. Aber es ist doch kein Problem. Untertitelung des ZDF, 2020